Komm her! Oh, jetzt sind noch zwei. Guck mal. Ja, komm her. Schaff ich mich. Schaff ich mich. Schaff ich mich. Ja. Ja. Die drei. Auseinanderklappen. Nein, ich hole jetzt noch was Hack für euch. Ich hole jetzt noch was Hack für euch. So. Ich muss das Video mal warten. So. Nein. Ja, ihr wartet schon so lange. Das müssen wir noch ein bisschen warm machen. Das ist noch nicht richtig. Ja, das ist noch ein bisschen schön. So, klein. Ja, du kannst das. Hab ich schon verstanden. Boah. Ja, 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 ja. Noch mal. Ist doch ganz schön. Hm. Ja, das... Au. Das war mein Finger. Das war mein Finger. Die Finger. Wie viel Hack ist denn die Sonne? Das sind jetzt 100 Gramm. Aber gut, okay, ja. So. Kommt wieder einer. Komm her. Ja. Guck mal. Hier, 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 hier. Ja, genau. Ja, das war lecker, ne? Ja, und doch noch mal. Hm. Hm. Das ist doch lecker. Das ist doch lecker. Aber das ist gerade für die Herdenschutzhundrasse Kuh was so wichtig, ne? Dass die auf Menschen geprägt werden. Ja, absolut. Und Menschen mit was Angenehmem verbinden. Genau. Also, sonst lassen die ja keinen rein. Da ist ja noch einer da unten. Keinen rein und kein irgendwas dran. Ja, eben. Komm her, komm, 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 komm. So. Au. Oh. Und man braucht trotzdem nicht Angst haben, dass sie nicht Haus und Hof genügend bewachen würden. Ja. Ja, 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 ja. Das machen sie trotzdem. Alles was so, das war aber unser Hund auch. Ja, komm her. Und wer ihr nicht passte aus irgendwelchen Gründen, der hat das immer schwer gehabt. Ja. Das ist ja bei Menschen auch eine erste Sympathie. Ja, 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 ja. Aber das ist immer dann so geblieben. Wer möchte noch? Komm her. So. Au. Warte mal, da ist nichts geblieben. Jetzt habe ich nichts mehr. Ah. Das ist wirklich anders. Boah, wenn der an die Brust geht, der hier mit dem... Ja, Lila. Boah, das muss aber verdammt wehtun. Guck mal, wir haben ein Brückchen runtergefallen ist. Ich glaube, wir haben gut aufgepasst. Oh, so.